Oh Yeah Nö Okay Gibt es hier was zu holen? Ich weiß es gar nicht Nee, von hier kommen die doch Wo kommen die denn? Ah, da ist auch noch ne Leiter Ich check erstmal dieser Leiter Aha Und nu? Irgendwie ist hier nichts Ah doch da Ein maximales Lebensboosting Jetzt bin ich schon bei 125 Das ist Nice Jetzt habe ich schon 125 Das ist Mehr als nice So Äh Moment Äh Ach ja, hier war das ja die Stelle Oh nein Ich meide das wasser Jetzt Ist mir ein bisschen zu krass Ah 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 Treppen sind mir im Prinzip auch Viel zu gruselig Oh, 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 oh Ah, jetzt bin ich auf der anderen Seite des Blitz Dingens Vielleicht die Blitze Dinger ausschalten Und Erste Helfekasten an mich nehmen Und hier rein Hier, Alien Alienware Laptop Okay, Upload läuft Erinnern Sie sich an die erwähnte Abwasseranalyse Ich hab noch mehr Infos Die Kontamination scheint Ihren Ursprungen umhören zu haben Der Ort ist heute so gut wie verlassen Oh, ja Oh, ja Puh Hey, wieder so ein Lebensbooster Fett, fett, fett Nein, nein, nein Double Pistolen Obwohl die Moni knapp ist Bleib ich dabei Äh Fernsehne, warum machen wir Bla 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 Ja, passt Eine Treppe nach unten Ah Aha Aha Hier war ich Dann sollte ich vielleicht Mal die Treppe nach unten versuchen Jo, hier bin ich richtig Verstanden Die schicke Verstärkung Halten Sie die Stellung Verstanden Verstanden Die können über die Fenster springen Ich nicht Das ist blöd Ich muss immer hier so besonders vorsichtig sein, ey Geil Oh, alles voller Gegner Juhu Alles voller Gegner Geil Geil, geil, geil Kann ich mich wieder Ewig lange hier Habe ich nicht mal tot bekommen Jetzt kann ich mich ewig lange Hier wieder verschanzen Hallo Wie 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 sucht man denn ran J Gott Ha Nö, ich bleib bei dieser Waffe Wow Oh Hat sich angeschlichen, der Bastard Keiner schleicht sich an mich ran Geronimo Geronimo Oh nein Er setzt Tonnen von Gegner ab Na klar Der Gegner Der Hubschrauber lässt Tonnen von Gegnern runter Nur um mir auf den Piss zu gehen, ey Okay Okay Oh 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 ich war für so genial und so mega stark seht ihr hat mich einfach so umgehauen bin ich denn jetzt nein bitte jetzt bin ich wieder irgendwo hier in der pampa die pistolen sind nicht stark genug ok letzten zuckungen so medikit man jetzt muss ich wieder diesen kampf hier kreis 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 gehen aber auch ganz schön krass in deckung er wollte mich bestimmt von hinten abballern die treppen so runter also hoch treppen hoch und dann von hinten sich anschleichen vielleicht bin ich auch nur paranoid geworden kann aber passieren durch dieses spiel jetzt muss ich mich hier in der ecke verschanzen sonst sieht's kacke aus wort zwei nur ich hätte jetzt mehr erwartet oh das war knapp das hätte beinahe das game over für mich bedeutet diesmal ein bisschen zwischenspeichern und so ihr wisst schon das hier ist doch wohl eine etwas knackigere stelle das war aber eine dicke explosion da wurde ich mal erledigt das ist echt eine schwere stelle ja und und Oh! und ein wenig sprachlos sorry das verlangt mir einiges ab wollte ich gar nicht ach mit t schreibt man ok 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 oh shit wo ist denn das mob bildchen doch jetzt habe ich auch ihn erledigt und habe neue money money aber dafür habe ich jetzt nur noch zwei medikits ich hatte sie auf dem laufenden mann der kampf hat mich so einiges gekostet an nerven und an medikits jetzt habe ich schon über eine stunde aufgenommen ok da gibt es mehr ausrüstung für mich und ich höre draußen schon eine hochschrauber ok 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 da draußen ist ein hochschrauber habe ich aber ordentlich was mit abbekommen oh shit da hinten ist wieder so ein dicker ach nö ich habe noch zwei medikits ich speichere hier mal oh man mei Oh, der verzieht aber auch keine Mine. Oh, oh. Oh, nein. Wenn hier noch einer dieser großen ankommt, dann bin ich geliefert, ey. Nach dem Blackhawk, nach dem Hubschrauber, also? Gut, gehen Sie zum ATC-HQ und suchen Sie Vendel. Zum was? Achso, ja, okay. Puh, jetzt sind wir bei vier. LZ ist heiß. Okay, schauen wir uns das an und dann beende ich das. Können Sie uns über Ihr Aufklärungsteam sagen? Wir haben das per Überwachungssystem überwacht, als der Kontakt abbrach. Jetzt ist das ganze System offline. Gibt Infos über die brischen Jungs? Wir wissen, Sie waren kurz vor 17 Uhr im Hauptgebäude. Keine Infos über die Stärke des Gegners. Es dürften aber viele sein. Grissl? Unbekannt. Aber keine Forderungen. Nicht, dass ich wüsste. Oh shit. Ja, mein Hubschrauber ist weg. Mein Typ ist auch tot. Die Tür wurde geöffnet. Ja, ich bin in Muni-Mangel. Ich würde mal sagen, ich bin ziemlich gearscht. Verfolger es. Ach, da hinten sind noch welche. Okay. Hier drin kann ich mich erstmal verschanzen. So, ich speichere hier ab. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Und bedanke mich fürs Zuschauen, wie gesagt. Oh, Moment. Wenn die alle herkommen, dann mache ich die sogar noch alle platt. Aber ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Hat mir Spaß gemacht. Jo, ich stelle mich erstmal hier in Sicherheit. Speicher ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play 4. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play 5. Alles Gute. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020